Hallo? Hallo? Ich bin ein bisschen Leberwurst im Arm. Hallo? Mach, komm, mach es selber auf. Wirklich schön, oder? Ich hoffe, ich kann empfehlen. Jetzt probier es halt! Nein, nein, nein! Jetzt! Jetzt! Sag mal! Das ist überfaul heute! Der Herr! Ja, okay, gut, das krieg ich schon nicht hin. Na, und? Wo geht's hin? Sonne! Was machst du denn? Das kann doch gar nicht so interessant sein, oder? Mary, erzähl, was macht er? Hm? Was macht denn der da? Hm? Ich weiß nicht so, wie richtig was er machen soll. Sitzen. Ja, ich kann, dass er vertrieben wurde. Ich hab ihn gar nicht vertrieben. Ich hab ihn gebürstet. Jetzt hat ihm gefallen. Na dann. Blätter. Na, tschüss.